Also, liebe Schüler, heißt es der oder die Pizza? Ähm, Herr Meier? Also es heißt die Pizza, aber Sie haben Pizza falsch geschrieben, da fehlt ein Z. Ach, Lukas, das war doch kein Fehler von mir. Ich wollte wissen, ob ihr aufpasst. Ein Fehler, ich? So ein Witzbold aber auch. Wissen Sie was? Die 43 Fehler in meinem Deutschaufsatz waren auch extra. Damit ich weiß, dass Sie aufpassen, Sie kleiner Hurenso...